Hi, da habe ich zwei Gehefeleinig gestaltet. Ich muss selber fast nichts behaupten. Meine Töchterin und ihr bessere Fein, die Emma, die dann die Kühe vormelken und dann auch mit dem Tipp, der so gut bringt und der hygienisch das Euter nachkränkt, die Kühe versorgt. Ich will ja gerade das Euter machen, das heißt, ich putze das Euter und das regt mich wirklich an. Ich mache jetzt das Kalb an, die Milch geben. Jetzt machen wir ein paar Sprüngelein und dann ist Schluss. Und galoppieren, ja, bleibt besser stehen vom Bantel. So war es gut, ja. Das ist jetzt zu sagen, der Lernfortschritt vom Kalb. Ja, wir haben einen großen Fortschritt gemacht, weil er halt jetzt schon Abstand zum Zaun und das ist ja das, was er lernen soll, dass das nicht gut ist und wehtut. Und haben wir das Gefühl, dass er taugt ein bisschen, dass das umspringen? Auf jeden Fall, weil er wedelt ein bisschen mit dem Schwanz. Das ist ein gutes Zeichen und er schaut auch die, also er erkundet auch das, was er da so hat, also ein Panzen und das Gras. Das findet er irgendwie spannend und cool. So, da ist der Besuch wieder dahin. Töchterkennen und beste Freundin, die Emma. Schön war es auf der Alm, haben sie gesagt. Kinder und Rinder.